ja und hier bin ich wieder wir waren gerade auf dem Berg hier oben und ich wollte jetzt auch ein paar Blumen abbauen ab Alter geil ähm ja ein paar Blumen sammeln aber das wird mir jetzt doch zu viel also das kann man wahrscheinlich mit abschlagen was man will, irgendwie baut es das immer gleich ab gleich schnell oder ging das jetzt mit dem Schwert schneller? keine Ahnung das muss man nur noch wieder heim finden hm oh scheiße naja ein Schwein hat uns ja was gebracht blum 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 muss man nicht gut hier drauf zu gehen hier oben hin oh das leckt gerade wie sonst was hm wo müssen wir denn hin? laufen wir mal und mal diesen ich nenne das mal als Strand aber hier war man nicht oder? geh mal wieder hoch oder ne wir laufen hier ein bisschen rüber hey wir müssen hier wieder in diese Savanne zurück wenn wir in die Savanne sind, denkt man wird mal zurück ach hier sind wir ja schon ok die Savanne ist nicht gerade klein müssen wir da rüber oder ich bin immer so orientierungslos in Minecraft ich bin immer so orientierungslos in Minecraft so aber an das ich an den roten Blumen vorbei bin, kann ich mich auch nicht erinnern malalala suchen wir suchen keine Ahnung hier muss man auch nicht hin, oder? nee jeden Fall haben wir im Pool das war oder es ist ein Hunde und ich habe keine Knochen noch bei, Scheiße ich glaube die kriegt man mit Knochen zu haben und mit Fleisch nicht und jetzt habe ich unsere Axt kaputt gekloppt, nur weil ich diese scheiß Kuh töten wollte naja auch egal, das sieht auch etwas komisch aus, Tetris im Sand bauen wir noch hier das Eisen ab wenn wir mal einmal da sind Hauptsache wir finden wieder zurück, irgendwie jetzt wir laufen jetzt zurück oh hier haben wir noch ach nee das ist ein Kakteen sah so nach Zückelrohr aus und hier hinten waren wir wahrscheinlich noch nicht ich werde dann jetzt mal auf den Berg hier hoch, mal gucken vielleicht finden wir ja unsere Heimat wieder ich könnte auch mal die Schaufel benutzen so hier haben wir noch einen schönen Chunkfehler und zack 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 und da haben wir den nächsten und da ist noch einer und da ist noch ein Chunkfehler oh es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel, Scheiße oder unten ist Clay da hinten war wir noch nicht denke ich mal, das heißt wir laufen jetzt hier lang wenn nicht graben und schnell irgendwo eine Höhle rein gut wir haben jetzt auch eine Wolle dabei 15 Wolle Himmelbo in Sand reinzubauen ist nicht so schlau eigentlich aber bevor uns hier die Monster angreifen machen wir das mal lieber ne doch nicht hmmm hier vorne haben wir Sand, ähm nicht Sand sondern Dörter also Dreck Erde Erde und hier ein bisschen hin kloppen wir uns jetzt hier eigentlich nur machen wir hier rein warum ich mich jetzt da reingekraben hab's auch sehen muss ihr seht nichts, ich seh auch nichts gerade sag ich baum jetzt nicht gleich ein Cave rein oder sowas das wäre sehr schlau naja bekommen wir wenigstens ein bisschen Stein ich hoffe ihr seht jetzt gerade wieder ein bisschen was ich weiß immer noch nicht was die Bedingungen für's Pen sind ob's wie hoch oder wie groß der Raum sein muss ich glaub das werd ich auch nie im Leben raus erfinden wir haben jetzt kein Crafting Table, das müssen wir uns jetzt auch erstmal bauen Oh, Achievement Get, ich weine das haben wir schon gemacht das ist jetzt sehr sinnlos, dass das jetzt kam Hi und willkommen zurück, ja wie ihr es mitgekriegt habt wieder ein Crafs wir lassen jetzt mal das Texture Pack auf default ich weiß nicht was da los ist ich hoffe ein bisschen sind wir jetzt noch haben wir noch ein paar Sachen dabei jetzt ja wir sind jetzt hier drinnen wieder ja hm ich weiß jetzt nicht was wir vorher hatten auf jeden Fall fehlt uns Kohle ach ich hab keine Ahnung ich hoffe wir können jetzt die Crafting Box wieder öffnen jawoll Crafting Table nennt sich das ja 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 der Sound ist jetzt wahrscheinlich wieder richtig laut ich hoffe es kommen jetzt keine Gegner wenn welche kommen vielleicht auf Peaceful und wir haben sie überstanden, jawoll ich mach jetzt mal den Sound wieder runter und die Sensitivity hoch Sound auf 9, Music auf 4 und den Nebel schalten wir hoch also das keine Matter ist ja das normale Texture Pack ist auch nicht schlimm ich mein ich würd jetzt gerne Misas wieder jetzt nehmen echt nachdem das Realistic gefällt mir nicht so da verrätten grad ein paar Zombies könnten wir hingehen aber wo ich saß so die Sau stellt sich in Schatten denn ich jetzt wüsste wo unser Zuhause war nicht dass ich auch noch anfangen muss zu bekloppt zu singen wie Kronk du stirbst so zwei Schafe weil wir jetzt schon die Crafting Boxen so mitnehmen können Crafting Table ich will das nie werden oh das ist eine Spinne ich hab noch nie eine Freundin die Spinne gab bei mir haben sie mich immer wieder angegriffen am Tag deswegen probiere ich das jetzt erstmal gar nicht aus Alter was das denn wir laufen jetzt in die Savanne zurück und dann gucken wir von der Savanne aus wo wir hin müssen ich hoffe wir finden die überhaupt noch nach Hause hab ich auch schon mal gehabt dass ich nicht nach Hause gefunden hab und da musste ich leider beim Dings das war bei meinem alten Kanal so also das hab ich nicht mehr gezeigt offline hab ich dann gesucht nach unserem Haus weil das sonst echt zu lange dauert hätte aber eigentlich möchte ich ja nichts offline machen das ist ein Creeper das ist ein Creeper da 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 komm nur hier du explodier's nicht lass es ne solange kein zweiter Creeper hier rumläuft und mich von hinten her dann sterbe ich ist das ja jetzt alles doch gut so wir müssen auf jeden Fall auf eine andere Insel da sind wir her gekommen also jetzt grad eben ne bauen wir uns hier ein bisschen rum ab also nicht rum ab sondern bauen wir ein wenig ab jetzt ok wir springen jetzt hier hoch ich krabbel mich grad am Auge da 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 ey was das überall so Höhen drinnen das ist schon wieder so ein Fehler oder keine Ahnung ja das ist jetzt blöd weder laufen wir da hin oder wir laufen da hin wir laufen da hin wir laufen da hin wir nehmen die Schaufel in die Hand hier sieht's denn nach dem Timer aus ja 3 Minuten steht hier noch wir könnten ein bisschen drüber machen na hier ist scheiße drüber zu kommen ja wir könnten eigentlich ein bisschen drüber gehen denn wir haben ja zwischendurch einen kleinen Crash gehabt der auch noch Zeit gebraucht hat aber das werde ich nicht machen sondern ich hab keinen Bock dass die Typen sagen öh nö Video nehme ich nicht an wie das bei YouTube ja so zur Zeit ist hier ist auf jeden Fall schon mal so ein Gravel Teil das heißt wir könnten in unserer Nähe sein also in der Nähe unseres Hauses wir klären dann jetzt erstmal hier hoch oh ein Pilz haben wir einen Grandpilz aufgesammelt jawoll und hier noch einer laufen wir, komm wir laufen jetzt hier hin aber hier ist doch auch nicht unser Zuhause oder? hier sind so viele Bäume ja doch vielleicht da oben wir springen jetzt einfach mal hier rüber aber es kann ja sein dass wir hier richtig sind ich meine unsere Schaufel ist bald kaputt aber wir haben uns hier noch gleich auf ihrem Vorrat gemacht ne das sieht nicht so aus wie unsere Heimat oder oder ne hm ja was sind wir denn was sind wir denn was sind wir denn was sind wir denn ja und die Näh-Taste die ist out heute wieder ja ok also ich werde das jetzt offline suchen wenn wir das jetzt echt zu blöd ist hier online nicht online also offline ist ja auch von offscreen genau offscreen nennt man das ja werde ich jetzt unsere Map suche und dann werde ich weiter aufnehmen bis dann sind wir in auf auf auf